Vor rund einem Jahr hat sich Friedrich Merz im Bundestag hingestellt und hat die außerordentlich gefährliche Aussage von Annalena Baerbock damals kritisiert, Deutschland sei im Krieg mit Russland bzw. Europa sei im Krieg mit Russland und hat sich davon distanziert und gesagt, okay, das ist gefährlich, absolut in Ordnung. Nun ist es allerdings so, dass mit Roderich Kiesewetter ein CDU da ganz offen die Konfrontation mit Russland auf russischem Territorium fordert. Und das ist eine Sache, die die CDU eigentlich, wenn Friedrich Merz das wirklich ernst meint, was er da gesagt hat über die Worte von Annalena Baerbock, Wenn er das wirklich ernst meint, dann müsste er durchgreifen und sagen, dieser Kiesewetter hat bei uns in der Partei mit solchen Aussagen nichts verloren. Wir als Partei distanzieren uns von einem Abgeordneten, von einem CDU-Mitglied, der solche Parolen hier verkündet und so mit dem Feuer spielt. Wir warten auf eine Initiative von Friedrich Merz, warten wir hier vergeblich.